Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Spiel Riders of Icarus. Ja, wir sind in der letzten Folge hier an diesen doch sehr seltsamen Ort gekommen, wo es so aussieht, als ob wir hier mitten an der Front stehen. Wir müssen jetzt mit Tortus erstmal sprechen. Warum ausgerechnet der Wald von Braka? Diese Gegend wimmelt vor Pragin. Das nächste Mal, wenn jemand eine Abkürzung vorschlägt, mache ich ihn um einen Kopf kleiner. Achso, abschließen? Okay. Training beenden. Sehr schön. So, das sind jetzt irgendwelche... Achso, das ist eine Errungenschaft gewesen, die ich bekommen habe. Okay. So, jetzt ist wieder alles auf Englisch. Das ist schon wieder nervig, aber wir akzeptieren jetzt mal einfach alles. Überlebender. Ja, auf jeden Fall müssen wir raus. Wir müssen, ähm, Bragin, ach, den hier vorne besiegen. Erstmal ein bisschen ausprobieren. Habe ich jetzt... Hier kann ich jetzt was aufsammeln, okay? Okay, gut. Muss man ja wissen. So, besiege den da. Aber so wie es aussieht, kann ich wohl nicht in der Bewegung schießen. Also zumindest hat das gerade nicht geklappt. Da vorne ist noch einer. Komm her. So, erste Jagd. Haben wir gerade eine Errungenschaft bekommen. Jetzt müssen wir mal wieder mit ihm sprechen. Wir wollen dabei jetzt aber nicht in Flammen aufgehen. Das wäre vielleicht zu viel des Guten. Ja, warum ausgerechnet der Wald? Das hast du mich jetzt schon die ganze Zeit gefragt. Deswegen akzeptiere ich hier einfach nur noch alles. So, ähm... Akzeptieren. Ja. Erhalte verstreute Vorräte. Besiege. Pragin Assault. Wer ist das? Das sehe ich jetzt gerade nicht. Da hinten. Ah, das sind mehrere. Siege Waldgeber muss ich auch noch machen. Okay. Hallo. Wieso schießt sie nicht? Wo läuft der jetzt hin? Äh... Ich wollte gerade noch sagen, da sind auch noch welche, aber irgendwie sind die gerade abgehauen. Das ist ein Charger? Oder musste ich... Nee, ich musste einfach nur normale... Fragien Assault. Und... Ja, das ist toll, dass du mir hilfst oder helfen möchtest. Aber... Äh... Ich weiß gerade gar nicht, was ich überhaupt groß machen muss. Deswegen muss ich jetzt erst mal... Achso, die habe ich jetzt schon. Wie zu stark. Hallo? So, Moment. Besiege Waldgeber. Waldgeber. Achso! Ich sehe gerade, man... Äh... Man kriegt angezeigt... Nein! Ach, Mensch. Ich will hier gerade was aufnehmen. Und dann sind die hier... Es tut mir leid, aber ich kann jetzt gerade nicht. Ich muss ja jetzt erst mal gucken hier. Ähm... Irgendwo hier so ein... Achso, Waldgeber. Aha! Guten Tag! Oh, das war jetzt ein einzelner Schuss. Okay. Die scheinen jetzt nicht allzu viel aushalten zu können. Guten Tag! Und tschüss! Gut, ähm... Erhalte verstreute Vorräte. Hm. Hm. Die sind wahrscheinlich gemein. So. Wieso muss ich jetzt... noch mehr von den Assaults machen? Ich verstehe es nicht. Ich habe doch gerade eben... die drei besiegte ich machen muss. Wieso muss ich jetzt fünf? So. Das ist eigentlich eine ganz gute Ausweichtaktik, glaube ich. Okay, jetzt sprechen wir erst mal mit dem... Den machen wir mit dem Blatt hier. Wir kriegen ja immerhin Kupfer dafür, ne? Wenn er uns hier so einen Weg rumsteht. So, sprechen wir noch mal mit dem Tortus. Ähm, das ist, glaube ich, neu. Ne, das ist das zum Abschließen. Okay, das ist neu. Finde Crow. Den habe ich doch rechts, glaube ich, gerade irgendwo gesehen, oder? Da, genau. Ach, der ist das. Okay. Ähm. Das schließen wir schon mal ab. Da sagt er nur was. Okay. Also, das werde ich jetzt nicht alles durchlesen, weil der stellenweise dann auch auf Englisch ist. Das ist ziemlich nervig und es klingelt gerade an der Tür. So, und da bin ich wieder. Irgendwie war es gerade ein Klingelstreich. Ich weiß es auch nicht so genau. Es hat geklingelt, aber war keiner da. Ähm. Wir müssen Bragin Captain Barbar besiegen. Hört sich jetzt irgendwie seltsam an. Bragin Captain Barbar. Ne, irgendwie laufe ich jetzt in die falsche Richtung. Jetzt laufe ich noch mehr in die falsche Richtung. Muss ich da hoch? Anscheinend. Nehmen wir den unterwegs noch mit, ne? So. Also. Bragin Captain Braga. Äh, Barbar. Was für ein Name. Okay. Okay. Was ich gerade sehr schön finde, dass man hier einfach so durchlaufen kann. Dass sie irgendwie alle neutral sind, bis man sie angreift. Äh, das soll irgendwo hier sein. Ach, da ist er doch. Okay. Äh. Was war das jetzt gerade? Die habe ich nicht anvisiert, aber ist in Ordnung. Ähm. Besiege Brabin Assassin. Das dürftet ihr dann sein. Ja. Ja. So, perfekt. Was war denn das jetzt für ein Vollfrust, in dem er jetzt gerade dazwischen gelaufen ist? So. Bragin Ballista. Das sind die, oder? Ja. Kann ich gar nicht. Ja. Soll ich die denn besiegen? Ah. Oh. Okay. Also F drücken. Gut. Ist einfacher, als ich jetzt gedacht hatte. Okay. Ähm. Dann muss ich nochmal wilde Eber besiegen. Was soll das immer mit dem wilden Ebern? Dass die armen Tiere doch leben, Mann. Na gut. Ich habe übrigens festgestellt, man kann umschalten. Äh. Man sollte umschalten können. Zwischen laufen und gehen. Aber das funktioniert gerade nicht mit der Taste, die drin steht. Nämlich diese, ähm, Schrägstrich-Taste. Ja. Ja. Dann halt nicht. Ähm. Obwohl da stand jetzt Locking Camp, kann natürlich sein, dass das hier nicht geht. Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wo sind die Eber denn hin? Da. Wo sind die jetzt gelb? Waren die nicht eben noch blau? Oh. Was ich gut finde, dass der Loot immer direkt zu mir rüberfliegt. Das erspart mir nämlich dieses ewige Hin- und Hergelaufe. Ich finde das cool. So. Ne, Moment. Äh. Achso, das ist ein Wald-Eber. Ich muss aber wilde Eber besiegen. Jetzt habe ich zufällig einen wilden Eber eben besiegt. Das waren, glaube ich, die blauen. Ne, die sind auch gelb. Aber egal. Steht auf jeden Fall wilder Eber dran. Okay. Haben wir denn hier noch andere wilde Eber? Das ist nur Wald-Eber. Eberchen. Ich möchte Eberbraten machen. Ich wollte gerade sagen, irgendwann spawnt der doch eh wieder. Es ist nur blöd. Ich meine, wenn da jetzt mehrere Leute hier sind, und die wollen alle das Gleiche. Die können dann alle nur diesen einen wilden Eber machen, oder was? Ich sehe jetzt keinen anderen bisher. Naja. Egal. Gehen wir jetzt erstmal zu Crow zurück. Sag mal, du störst mich hier irgendwie. Du nervst, Junge. Hey, are you okay? So, das können wir mal abschließen. Da redet er immer noch nur. Achso, sprecht mit Tortoise. Da müssen wir auch noch hin. Wo war der denn hier oben? Das scheint aber jetzt gerade im Laufen geklappt zu haben. Naja, manchmal geht es irgendwie und manchmal nicht. Also im Springen funktioniert es definitiv nicht. So, Überlebende abschließen. Ja, besiege Hungry Rabbit Wolf. Was? Kaninchenwolf? Hungriger Kaninchenwolf? Nee, ach, Rabbit. Ach, ja. Wir lesen, kann es klar im Vorteil. Ähm. Es ist aber noch hier unten, denke ich mal, oder? Da hinten sind sie auch, ja. Du bist ein Looter. Gott, ich will ihn nicht. Ähm. Da kriege ich doch, kriege ich doch Loot. So kann ich schon sagen. Hallo. So kann ich nicht auf dich zielen. Es war jetzt aber irgendwie ziemlich buggy. Also ich konnte auf ihn zielen, aber gleichzeitig auch nicht, weil es nicht angenommen wurde. Das war ein bisschen seltsam, aber okay. So, besiege, ähm, Bra... Bragin Solcher. Was für ein Wort. Die sollen doch auch hier sein. Bragin Solcher. Und es sind nur die Wölfe. Bragin Tracker. Ja, da steht... Die sollen hier sein. Jetzt soll ich weiter noch... Nee, jetzt sind sie... Bragin Tracker, die sind auf jeden Fall da. Ach du doch nicht, sondern der, wo ich drauf gezielt hab, Mann. Also das war jetzt ein bisschen scheiße gerade. So. Da haben wir noch einen. Dann brauche ich noch zwei Tracker. Da ist noch einer. Ein Tracker, ein Tracker, da ist er. Ich lach dich aus. Merkst du das, Junge? Ich lach dich aus. Ja. Bisher finde ich es schon ganz cool. Liegt allerdings auch daran, dass man sich so ein bisschen, ähm, ja, auf das Spiel einstellen kann. Die Steuerung ist wesentlich besser, muss ich ganz ehrlich sagen, als in Astellia. Also dafür schon mal ein klares Plus. Ich glaube, ich glaube, jetzt genau in die falsche Richtung kann das sein. Mit wem sollte ich jetzt reden? Doch, mit Tortos. Ach, da oben. Ähm. Ein paar Bugs sind allerdings drin. Das kenne ich jetzt zumindest bisher von Astellia zum Beispiel noch nicht. Ähm. Doch, ich muss mit dir reden. Hä? Mit Tortos sprechen. Wieso ist der denn jetzt da hinten, wenn ich gerade hier mit dem spreche? Hä? Wollt er mich veräppeln? Ist das jetzt ein Bug? Muss ich jetzt nach da oben laufen? Aber der ist nicht da, weil er ja bei mir war. Hä? Ach, da ist noch ein Tortos-Klon. Okay. Ne, der ist gar nicht da. Das steht nur. Doch, der ist jetzt da. Hä? Ist aber ein bisschen seltsam irgendwie. Aber okay. So. Ja. Ich würde die Geschichte gerne hören. Aber da man ja hier weder was hört, noch sonst irgendwas. Und jetzt alles lesen möchte ich dann auch nicht. Ähm. Jetzt noch mal Tracker und Soldiers. Okay. Das ist meiner. Du Arsch. War ja schon kaputt. Sag mir das so einer. Okay. So. Hier kann ich einen Pilz einsammeln. Okay. Okay. Keine Ahnung, wofür der gut ist, aber machen wir einfach mal, ne? So, zwei Soldiers brauchen wir noch. Komm. Das ist eine unheimlich kleine Reichweite irgendwie. Ähm. Kann ich hier noch irgendwo ein? Das Pferd kann ich nicht anschießen, okay? Ja, das ist schön, wenn dieses dumme Pferd mitten im Weg steht und ich nichts machen kann. Jetzt muss ich wieder mit Crow sprechen. Könnt ihr euch hier mal entscheiden, Leute? Moment. Eine Pilzbutterlistin steht hier einfach so. Sieht aber auf jeden Fall sehr schick aus. Steht so unbeteiligt hier rum. So, okay. Bestätigen wir mal einfach alles. Ja, immer noch bestätigen. Ähm. Erstmal sprechen wir mit Crow. Dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Ich glaube, dann muss ich aber hier durch, ne? Nee, ich entferne mich jetzt irgendwie. Hä? Leute, wollt ihr mich veräppeln? Von da bin ich doch gar nicht gekommen. Ja, dieses Jantums. Achso, hier. Das, das ist... Habe ich dich jetzt kaputt gemacht? Jetzt habe ich dich kaputt gemacht, oder? Ja, okay. Also, das können wir schon mal abgeben. Dann schauen wir mal... Ja, ja. Red du mal. Verstehe sowieso kein Wort. Äh, Assault, Sucher und Worker. Ob das für die Berserker nicht machen müssen. Ähm, Sucher. Halt mal da oben. Da ist doch einer. Da steht da wie so ein Opfer rum. Hallo. Hä? Kann ich sagen, wieso kann ich die nicht angreifen? Wo ist das? Da. Okay. Sucher. Nee, brauchen wir noch Sucher? Nee. Ähm, drei Assaults und... Ah, da oben fünf Worker. Stell dich mir nicht in den Weg, Junge. Sonst greife ich dich aus Versehen an. Ähm, achso, das waren die mit den fünf. Okay. Der Alpha Grauwolf, der sieht aber irgendwie so ein bisschen aus, als ob der mich direkt angreifen möchte. Ich denke mal, dass der wohl gleich dann noch kommt. Da ist noch ein Worker. So, da muss ich... Achso, Assault Berserker. Ach, man sollte auch zu Ende lesen. Ja, da muss ich die doch machen. Oh, Entschuldigung. Ähm, das war jetzt nicht meine Absicht. Aber ich habe mir gedacht, okay, dann nutzen wir es mal aus. Also bisher, finde ich persönlich, ist jetzt nicht schwer mit der Magierin. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt mit anderen ist. Oh, der Arme war wütend. So, dann haben wir alle. Gehen wir mal eben schnell abgeben. Oh, ich liebe Wolfsgeheule. Ich würde direkt mitmachen. So, noch ein Erfolg. Das geht doch wie am Schnürchen heute. Da muss ich noch einmal mit Crow sprechen, der dann wieder in einer ganz komischen Richtung liegt, glaube ich. Was wollte der jetzt gerade von mir hier? Äh. Das war aber doch nicht da, oder? Oder? Ah, doch. Okay. Ich wüsste jetzt aber auch auf der Karte, ehrlich gesagt, nicht... Oh, dich möchte ich haben, bitte. Kann ich dich haben? Irgendwie so drauf springen. Nein, bleib stehen. Ich will dich als Reittier. Och, Menno. Aber die sind doch schon mal echt süß. Muss man ja ganz ehrlich sagen. So. Stopp. Irgendwo hier soll Crow sein. Bin ich denn blind? Offensichtlich ja. Ähm. Hä? In die Richtung. Und dann? Bin ich angeblich da. Aber hier ist nichts. Ja, du brauchst doch nicht zu sterben. Ich muss aber erst Crow finden. Hä? Hä? Also, ich vermute mal, dass das jetzt doch irgendwie verbuggt ist, oder so. Jason. Das könnte jetzt vielleicht noch eine Quest sein. Aber er zeigt mir ja an, dass es hier ist. Und hier ist ja nichts. Deswegen ist das jetzt irgendwie scheiße. Achso, gefreiter Nils. Ich hab grad Nils gelesen. So. Der sollte quasi genau von hier aus jetzt sichtbar sein. Aber hier ist er, wie gesagt, nirgendwo. Was ich jetzt ziemlich scheiße finde, ehrlich gesagt. Ich guck mal eben hier rein. Führer des Waldes. Ein Waldelf. Gebändigter Wolf. Ich hab grad was. Da ist er. Hä? Okay. Uh. Was war denn das? Gegner? Ort für den Rückruf festlegen. Äh. Ja. Und wo und wie? Mit dem Schrein hier vielleicht? Ah, okay. Ja. Möchte ich. Okay. So. Wertvolle Erinnerungen abgeschlossen. Mit Latini. Sprechen. Ähm. Ja. Da. Nee. Das ist ein anderer. Aber den nehmen wir auch mal eben an. Baumwollverbände. Heilung für schlimme Wunden. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? See you again. Ähm. Da steht nichts von drin. Immentar. Ja. Ich hab halt Kupfermünzen, ne? Aber ich hab auch kein besonders großes Inventar. Also das ist ja echt ein Witz. Was ich hier habe. Das ist schon krass. Okay. Ähm. Mit Latini sprechen. So mal erstmal Latini. Was ist das für ein komisch aussehendes Viech hier? Hier ist kein Latini. Mann, ich soll in die Richtung. Ach, oder ist das vielleicht die, die auf der anderen Seite gestanden hat. Und der zeigt mir wieder an, dass ich hier richtig bin, obwohl ich gar nicht richtig bin. Na, ich wusste es. Der verarscht mich genauso, wie er es eben schon getan hat. Good to meet ya. Well, I guess I ought to show you how to take... First tip, select a target and sneak up on him if you can. It's easier that way. Keep low and move in fast. Once you jump on, you'll only have a few seconds to form a bond. It's going to fight back, so you have to fight harder. And that's it. Once it's under your spell, it'll never stray. Wish I could say the same about my boy. Okay. Let's see if you can tame one of your own. Just remember. See what the animal needs. Ja, also den Spruch mit ihrem Freund kann ich nachvollziehen, aber dieser Grafikfehler, da verhielt sich. Krass. Ähm, ich soll nochmal mit dir sprechen, okay? Ich dachte, ich sollte jetzt was bändigen. Was, was, was? Egal, ob es mich tötet. Hallo? Zemer, Reniti. Ach, das sind die. Das seid ihr. Mache ich das jetzt? Das hat sie mir nicht gezeigt. Ui. Ich hab die falsche Tasse gerückt. Aber geht trotzdem nicht. Angreifen. Oh. Entschuldigung. Okay, es ist nicht auf neun. Ich verstehe es jetzt irgendwie nicht. Habe ich jetzt was irgendwie überlesen oder so, dass ich da jetzt nicht drauf geachtet hab? Ich hab keine Ahnung. Bitte, Miete. Ähm. Ne, ich will jetzt nichts über die Sammlung wissen. Ich wollte eigentlich was wissen. Hm. So, das Ziel ist ja klar. Aber wie soll ich das jetzt machen? Hm. Ich würde da einen besseren Stab kriegen. Das finde ich ja schön. Den möchte ich auch gerne haben. Aber. Ich verstehe so überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Das sind doch die Tiere, die ich zähmen soll. Wenn ich neun drücke, wo das Fragzeichen drinsteht, passiert auch nichts. Bedingungen des Bändigers. Vier Bändigungspunkte benötigt. Ja, und wie kriege ich die? Nein, ich wollte doch nicht in eine Gilde. Ich wollte den irgendwie zähmen. Aber es geht ja offensichtlich nicht. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Gruppenmenü? Hm. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe absolut keine Ahnung. Ich werde jetzt mal eben das mit den Leder... Obwohl Lederriemen, das dauert so lange. Da muss ich so weit laufen. Oder gibt es ein spezielles, was ich irgendwie bändigen soll? Oder... Also das ist jetzt am Leuchten. Aber weil ich das ausgesucht habe, glaube ich. Steht überall immer nur falsches Ziel. Da steht auch falsches Ziel. Hä? Also egal, was ich nehme, ist es überall ein falsches Ziel. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Aber... Ja. Hm. Bin ich jetzt ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt auch ziemlich dämlich, dass man das jetzt nicht nachlesen kann. Da steht jetzt quasi nur, ich lasse dich damit alleine und probiere mal. Ich gebe das mal eben auf und nehme das nochmal neu an. Das ist jetzt so, äh, das Letzte, was ich jetzt machen kann. Ja, die Demonstration habe ich gesehen, aber keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ja, toll. Weiß ich immer noch nicht, was ich machen muss. Stelle dich für Herausforderungen. Ja, toll. Ich habe ja nichts gelernt, das ist ja das Problem. Zum Waldreisen, nutze den Weltenschrein, um zum Wald von Bracar zu reisen. Ach, dann sind die schon gezähmt hier vorne, kann das sein? Zum Wald von Bracar. Äh. Wo ist der? Wald von Bracar, den finde ich hier nirgendwo. Das ist toll. Ähm, ja. Hm. Zum örtlichen Schrein. Schimmerwaldlager. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Hm. Ja. So, das tut mir jetzt leid. Ich meine, da steht ja Zeme Reneti und der lässt mich dann nach hier laufen. Und das hier sind ja die Reneti, also muss ich doch normalerweise irgendwas mit denen machen. Soweit meine Überlegungen. Aber dann steht da Bedingungen, ich muss vier Bändigungspunkte haben. Ich weiß nicht, ob ich welche habe, wenn ja, wo ich das sehe. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt gerade alles zu hoch. Das Video ist jetzt auch schon ziemlich lang geworden, was mir jetzt natürlich ein bisschen leid tut, weil ich jetzt hier nicht wie die Axt im Walde rumstehen wollte, beziehungsweise wie der Affe vom Baum eigentlich. Auch wenn die jetzt ziemlich besoffen dasteht, weil sie irgendwie so krumm nach hinten hängt. Ich werde mal schauen, ob ich da irgendwas rausfinden kann, wie ich da weiter handeln kann. Und ich hoffe, dass ich die Antwort darauf finde. Und wenn ja, dann sehen wir das auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann. Ciao.